Alles in Ordnung, Kleine? Wie bitte? Mein Papst fragt, wie es mir geht? Womit habe ich denn plötzlich so viel Fürsorglichkeit verdient? Scheiße, ein einfaches Ja oder Nein hätte gereicht! Links, sie sind fast bei dir! Und, ne? Komm her, dann rabe ich dir meinen Riemen in den Arsch! Keine Munition mehr! Ich muss nachladen! Ich brauche Hilfe! So. Wieder einer weniger! Rechts, rechte Seite, verdammt! Nun geht es jetzt mal schwimmen! Schick mich, du schwarzlutscher! Der ist auf jeden Fall weg! Was sind die denn alle? Scheiße! Wo kommt Munition weg? Wie geht's dein Fädelpaar? Ah, ich hab das Kaffee, wir krabbeln Feuer am Heuschen durch Hirn! Da werden die armen Fächer ja glatt gehungert! Oh! 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 Scheiße! So! So! Ist er jetzt wohl... Verpasst den links ein! Ist er jetzt tot? Verpasst den links ein! Scheiße! Verpasst den links ein! Verpasst den links ein! Ist er klar da die Sache! Ich muss hier raus! Hilf mir mal jemand hier raus! Ich hab schon gesehen, dass du hochwildest. Gute Nacht, Kollege. So, Waffe weg. Hier hab ich dich mitgerichtet. Wunderbar. Der Feuerschütze, lang ich nachlade. Schieß diesen Tricksacklnstücke. Das hat bestimmt wehgetan. Schieß diesen Tricksacklnstücke. Ich gehe ins Deckung. Brenn, du Wichser. So. Alle weg. So, wir kriegen... Konfertiere den Schlachter. Er ist tot. Siehst du nicht, dass ich versuche, den Kopf einzuziehen? Meine Waffe verstanden. Wollt mich hier raus. Scheiße. Seine Mutti. Zwei weniger. Gebt mir Rückendeckung. Ja, erwischt. Ach, ne, ich bin da raus. Hier, nicht im Auto. So, auch tot. Scheiße, ich sitze hier fest. Was zum... Schnappt ihn! Diese Wichser haben nicht den Hauch einer Chance! Ich halte wohl nur noch der Schlachter zu sein, oder? Du hast ja doch noch was draus, um jüdische Stimmtein. Das war's. Das war's. Gut. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. So, was haben wir? Point we're done ist auf jeden Fall wieder auf unserer Seite. Genau, ich hoffe, wir nehmen die Munition mit. So, jetzt haben wir die Mülle von dem. Kann ich gar nicht fahren. Gut, da, okay, dann haben wir das zumindest ja nicht, aber wenigstens ist der Typ jetzt weg. Das heißt, wir haben jetzt den dritten Post oder so, ne? Ja. Den dritten Unter, 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 Baus. Das macht sehr gut, das sieht doch gut aus. Respekt auf jeden Fall. Schön aufgeräumt hier. Die Kohle noch mitnehmen, die zwei Dinger da. Wie, dann noch? Gibt es mehr Geld hier noch liegen? Zack, zack, zack. Ich brauche hier Muniz... Ich nehme die kleine Waffe hier. So, dann haben wir die Kurve, haben wir die Autosicherheit, die haben wir... Der hat ja seinen Nachschub da gebracht. So, trifft Birk bei der Brennerei, das machen wir noch. Ha, cool. Das ist immer da... Hä, hätte ich nicht gedacht, der leidet in der letzten Folge, dass wir da mal kurz eben... Äh, die Brennerei übernehmen komplett. Mit inklusive Boss. Und jetzt tatsächlich den Oberboss kursiert. So, ich muss jetzt gleich auch mal wieder weg. Also, ich werde es nicht mehr so lange machen, die Folge. Sorry, wenn die Folge ein bisschen was kürzer wird. Ah. Also, ich werde es nicht mehr so lange machen, die Folge role sind... Also, los, die Folge ist unfolded. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich wüsste ja gerne, was er mit ihm tut. Das wäre mal interessant zu wissen. Vielleicht sehen wir es ja jetzt sogar. Aber ich glaube nicht. Na, schade. So. Dann ist das auch erledigt. Und das... Und das... Ja, das treffen, das berufen wir dann quasi im nächsten Part ein. Bis morgen. Tschüss.